Ja hallo Leute. Für uns geht es heute um IKEA. Was machen wir da? Wir gehen shoppen. Wir haben einfach nicht mehr genug Stauraum und brauchen dringend eine spezielle Lösung. Zu viele Kameras, zu viele Objektive, zu viele Filme. Genau. Luxusprobleme. Die werden wir jetzt lösen. Los geht's! Musik Und schon sind wir da. Es ist arschgeil, wir sollen besser schnell rein. Und los geht's! Ist doch alles gut! Musik Normalerweise hast du aber auch immer in so eine Beschäftigung. Und meine Kinder, du war total glücklich. Musik 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 Aber wenn der andere kotzt, kann man ihn trotzdem sehen. Das ist dann Liebe. Das ist dann Liebe. Wie hättest du davon noch geschnitten? Welche? Eine Zähneputze? Es gibt hier diese abgefahrenen Hängeleuchten. Das sind die hier, die sehen aus wie so ein Todesstern. Aber der Hammer ist, man kann die in der Helligkeit verstellen, wer das noch nicht gesehen hat. Und zieht hier an diesen Kordeln und dann geht das Ding auf. Total abgefahren. So sieht das aus, wenn man das auch macht. Da hast du aber gut gepackt mein Schatz. Super. So sieht man gerade so rein. Paco ist der Chef. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020